Sprüche oder das Buch der Weisheit In unserem letzten Beitrag sprachen wir über die Psalmen. Sie sind das Buch, in dem der Mensch mit Gott spricht. Es sind Lobgesänge und Gebete zu Gott. Das nächste Buch in der Bibel sind die Sprüche. Das sind Lebensweisheiten, die sich hauptsächlich mit dem Alltagsleben und dem Verhältnis zum Nächsten befassen. In den Sprüchen werden oft tiefe Wahrheiten in einer sehr einprägsamen, kurzen und oftmals so drastischen Form gesagt, dass wir uns eines Schmunzelns nicht erwehren können. Damit du weißt, wovon ich rede, möchte ich dir einmal einige Sprüche vorlesen. Sie sind nicht geordnet und einfach wahllos herausgegriffen, aber sie geben dir einen Eindruck von diesem Buch der Bibel. Wenn über den Hausfrieden gesprochen wird, heißt es in den Sprüchen so Besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voller Geschlachtetes mit Streit. Über Kindererziehung hat das Buch der Sprüche Folgendes zu sagen Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er sein Leben behalten. Das sind einfache, praktische und höchst wirksame Ratschläge. Wir hätten sicher weniger Verbrecher, wenn mehr Eltern wüssten, was Gott über Disziplin und Erziehung denkt. Über die Faulheit sagt die Bibel im Buch der Sprüche Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Oder der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Oder der Faule steckt die Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde bringe. Oder gehe zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Und so könnten wir fortfahren. Wer die Sprüche liest, sollte daran denken, dass jeder Vers sein eigenes Thema hat. Aber es gibt auch ganz zusammenhängende Kapitel, die einem Hauptgedanken folgen. Von Kapitel 10 ab enthält fast jeder Vers eine andere Wahrheit. Deshalb sollte man jeden Spruch für sich betrachten und zu verstehen suchen. Es werden hier viele verschiedene Themen angeschnitten. Die meisten Aussagen haben mit dem praktischen Leben zu tun. Wie man sich am Arbeitsplatz, in der Familie und in den mitmenschlichen Beziehungen verhalten soll. Die Sprüche befassen sich mit den konkreten Problemen des Alltags. Einige der wichtigsten Themen, die hier angeschnitten werden, sind folgende. Erstens Weisheit und Torheit. Der Weise und der Tor. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Besonders deutlich und ausführlich wird es in den ersten neun Kapiteln behandelt. Der Weise ist der, der nach Gottes Willen fragt und nach seinen Normen lebt, der sich dafür entschieden hat, das Richtige und Gute zu tun und das Böse zu lassen. Ein glückliches Leben und Wohlergehen sind der Lohn der Weisheit. Ein Tor schlägt bewusst seinen eigenen Weg ein, er will sich nicht belehren lassen und rennt in sein Verderben. Wohl dem Menschen, so heißt es in Kapitel 3, Vers 13, der Weisheit erlangt und dem Menschen der Einsicht gewinnt, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser denn Gold. In Kapitel 1, Vers 7 haben wir noch einen sehr wichtigen Zusatz. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Im Buch der Sprüche ist mit dem Wort Weisheit meistens die Gottesfurcht. Die Gotteserkenntnis oder sogar Jesus Christus selbst gemeint. Lies bitte einmal Kapitel 8, Vers 23. Dort spricht die Weisheit zu den Menschen und sie sagt, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, am Anfang, ehe die Erde war. Und in Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Diese Worte deuten auch ganz klar auf Jesus Christus hin, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30 Ein weiteres Thema im Buch der Sprüche ist der Gerechte und der Böse. Viele Sprüche beschreiben das Leben des Gerechten und den Segen, den er für den Einzelnen und die Gesellschaft bringt. Der Böse lebt höchstens für kurze Zeit im Wohlergehen, aber bald schon trifft ihn der Tod und das Verderben. Gott schützt und segnet den Gerechten. Den Ungerechten trifft Gottes Zorn. Hier einige Beispiele. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten, aber auf die Gottlosen wird ihr Frevel fallen. Oder Wenn der Gerechten viele sind, freut sich das Volk. Wenn aber der Gottlose herrscht, so seufzt das Volk. Drittens in dem Buch der Sprüche wird sehr viel über Worte und Zunge gesagt. Worte können trösten, heilen, retten und erbauen, aber Worte können auch verletzen, niederschmettern und zerstören. Die Zunge ist eine ungeheure Macht. Wer sie beherrschen kann, ist weise. Hiervon einige Beispiele. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Oder Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Viertens die Familie ist ein weiteres Hauptthema dieses Buches. Was die Weisen der Bibel über die Kindererziehung sagen, habe ich eingangs schon kurz gelesen. Darüber hinaus finden wir aber noch viele andere Ratschläge für solche, die ans Heiraten denken zum Beispiel. Da heißt es, eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter in den Gebeinen. So heißt es in Kapitel 12. Im letzten Kapitel werden noch eine Reihe Tugenden einer guten Ehefrau genannt und am Schluss heißt es, lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Wer hält sich schon an diesen Rat? Bei den meisten Liebschaften und Ehen waren das Aussehen und äußerliche Vorzüge ausschlaggebend. Deshalb gibt es bald Probleme. Die Bibel ermutigt uns, auf den inneren Wert bei der Wahl des Ehepartners zu schauen. Väterliche Ermahnungen an den Sohn bzw. an die Männer haben wir in den ersten Kapiteln, besonders im Kapitel 5. Wir können nicht alle Themen eingehend behandeln, aber als Hilfe zum Studium der Sprüche möchte ich noch dieses erwähnen. Armut und Reichtum, das ist heute ein großes Problem in der dritten Welt, in der Politik, in der Theologie und vor unserer eigenen Haustür. Wie wird man arm? Wie wird man reich? Wie verhält man sich den Armen gegenüber? Wie geht man mit seinem Reichtum richtig um? Die Bibel hat viel darüber zu sagen. Ein weiteres Thema ist die Geschäftswelt. Können Geschäftsleute und Unternehmer ehrlich, gerecht und gut sein? Hier wird manches über Ungerechtigkeit, Betrug und Unterdrückung gesagt. Auch das Thema Herren und Knechte wird angeschnitten. Es wird nicht über Vorgesetzte und Untergebene philosophiert, debattiert oder lamentiert, sondern kurz und knapp gesagt, was jede der beiden Gruppen zu tun hat. Hier will ich aufhören, noch weitere Themen zu nennen. Du kannst bestimmt selbst noch etliche finden. Lass mich aber noch zwei Dinge über die Sprüche sagen. Du hast schon gemerkt, dass da oft sehr tiefgründige Wahrheiten in knapper Form ausgedrückt werden. Genau das ist die Absicht der Sprüche. Man soll sie sich sehr leicht einprägen können. Und dazu brauchten die Weisen früherer Zeiten zwei verschiedene literarische Formen. Die eine Form ist der Gegensatz oder Widerspruch. In den Sprüchen werden uns viele Wahrheiten auf diese drastische Weise gelehrt. Hier ein Beispiel. Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der Torenmund führt schnell zum Verderben. Hier wird der Weise im Gegensatz zum Toren genannt. Ein anderes Beispiel. Wer dem geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Das sind gleich zwei Gegensätze in einem Vers. A. Gewalt und Erbarmen werden gegenübergestellt im Verhältnis zum Armen und Geringen. Und B. Lästerung und Verehrung Gottes werden im Verhältnis zum Armen einander gegenübergestellt. Hast du es gemerkt? Ich lese den Vers noch einmal. Wer dem geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Das ist also eine Art Wahrheiten einprägsam zu machen. Die andere Art ist der Vergleich. Beim Gegensatz heißt es immer aber. Beim Vergleich heißt es wie und als. Hier ein Beispiel. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. In diesem Vers ist ein doppelter Vergleich. Der Geduldige wird mit dem Starken verglichen und der, der sich selbst beherrscht, mit dem, der Städte gewinnt. Ein anderes Beispiel. Wer sich mengt, den Fremden streit, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. Der Sinn ist hier, beides ist gleich gefährlich. Und noch ein letztes Beispiel. Ein Gottloser, der über ein armes Volk regiert, ist wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär. Hier wird ein egoistischer Herrscher mit einem gefräßigen Raubtier verglichen. Wenn du beim Lesen beachtest, dass da Vergleiche oder Gegensätze sind, wirst du manches besser und leichter verstehen. Zuletzt noch eine Eigentümlichkeit der Sprüche. Sie verallgemeinern. Und das kann gut und auch gefährlich sein. Wir sind schnell geneigt zu verallgemeinern. Die Amerikaner sind eingebildet. Die Russen sind grausam. Die Frauen sind so unberechenbar. Die Reichen sind alle egoistisch und brutal. Und die Politiker sind dumm und haben keine Ahnung. Das sind Verallgemeinerungen. Wenn wir so sagen, tun wir vielen Unrecht. Denn es kann sein, dass da mehr Ausnahmen sind, als wir dachten. Die Reichen sind nicht alle gleich. Und so weiter. Von daher ist es gefährlich, etwas zu verallgemeinern. Andererseits ist es aber auch wirklich so, dass auf das, was für einen gilt, auch für viele gilt. Auf dieser Beobachtung beruhen die Sprüche. Wer faul ist, bleibt arm. Wer Verbrechen begeht, kommt ins Gefängnis. Wer aber Gottes Geboten gehorcht, der wird vor Problemen bewahrt. Das ist so im Allgemeinen. Und wenn es auch Ausnahmen gibt, so ist es doch besser für uns. Wir halten uns an das, was normalerweise die Regel ist. Die Sprüche sind Lebensweisheiten. Wer sie rechtzeitig lernt und annimmt, erspart sich viel Ärger, Not und Probleme. Wir beten noch. Vater, hab Dank für die vielen praktischen Lebenshilfen in deinem Wort. Schenke doch, dass wir uns die Weisheiten der Sprüche zu eigen machen möchten, und danach leben zu deiner Ehre. Amen.